Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir die besten und lustigsten Fortnite-Momente von MontanaBlack88 anschauen. Ja, dieses Video geht 19,26 Minuten. Ich würde mal sagen, starten wir rein. Ich habe jetzt auch einen Supported Creator Code. Sorry, aber muss ich leider skippen. Tut mir leid, aber... Oh, jetzt kommen die Flugzeuge wieder an. Nein, bitte nicht. Ihr wisst, ja. Verpisst dich, Junge. Lass mich in Frieden. Och Mann, ey. Och Mann, die Scheißflug... Digger. Fängt ja schon wieder klasse an, das Spiel, Digger. Die guten alten Flugzeuge, wer kennt sie nicht, ne? Die guten alten Flugzeuge, wer kennt sie nicht. Bruder. Beste Save mit dem Schneeball. Oh, geh den Bruder. Ehrenmann. Loll, hier ist ja noch einer. Hörst du auf K. Oh, Ehrenmann, er droppt den Bignis. Hau ihn. Na, gönn dir den Bignis, Bro. Hau die Sau. Hau ihn ein, über Döns. Hier, hau... Ach ja, und alles, was ich in diesem Video sage, oder mache, oder tue, soll Montana Black nicht beleidigen oder verletzen. Ja, 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 ich habe ihn tot. Jawoll. Oh, shit. Carsten, komm mal her. Jo. Bruder, sag das Liebste, was du jemals zu mir gesagt hast. Ey, welche Bibelj bung! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, dass du mir nicht lieb genug, Digger. Oh, oh, oh. Ach, Digger, scheiß auf dein Medi, Alder. Carsten. Oh, ahhhh. Ah. Sag was Liebes. Sag was Liebes, Bruder. Noch zwei Jahre, dann kriegst du endlich Bartwuchs. Ohohoho. Ohohoho. Okay, der... Ja. Boah, dieser Photoshop. Drei Bignisse sind immer noch weniger Blue Life als zehn Minis. Du musst das so sehen, Digga. Dementsprechend, Digga, drei Bignisse sind jetzt im Endfight auch einfach gar nicht so geil, weil du Minis halt einfach viel schneller trinken kannst, ne? Man kennt die, Digga. Minis gehen zwei Sekunden. Also einer. Das heißt, zwei gehen vier, und ein Bignis geht vier. Und im Endeffekt, wenn du zwei HP-Grün, also Green Life hast, und dann zwei Bignisse, trinkst du bis hier noch 102 Leben. Wenn du Bignis hast... Ey, wenn du Minis hast, dann wärst du dann auf 52 Leben. Oh. Dafür hat man dann zehn Stück davon, ja? E-Pimms, Trimax. E-Pimms, Trimax. Oh, da ist eine Falle. Da ist eine Falle. Da ist eine Falle, ich hab die gesehen. Nein, nicht. Oh. Ja. Ja, die könnten wir gut sehen, aber... Bignis wär heftig, Digga. Man achten doch... Bignis wär geil. Man, auf jeden Fall, wenn man aufnimmt, oder live streamt, achten... Man sieht halt viel mehr, wenn man nur zuschaut. Das ist halt einfach so. Boom. Boom. Ha, der war nie weg! Kennst du den? So einer ist das hier. Bruder, hab ich den rasiert gegen Strich-AMK. Ja. So, den Schlörfnis gönn ich mir. Einfach als Genugtuung. Hey. Hm, was passiert jetzt? Die Musik wird... wird lauter? Fuhuhuhuhu. Okay. Okay. Da oben liegt was goldenes, Chili. Wo? Hier vorne. Ach. Och. Das ist AI-Armonie? Nein. Das ist eine Scar. Ich liebe ihre Kämpfe. Mit sie. Um Skars und so. Hä? Oh mein Gott. Dieses Gesicht von Monte. Hä? Hast du das gehört, Digga? Er hat nicht ein bisschen reingeblasen. Oh Gott. Das hat sich so angehört. Oh Gott. Doch, Digga. Nein. Schiffnis, Bruder. Coo-da. Gib ihm. Neisser Hit. Schöner Hit. Boah, 47er Headshot. Ich spiel zwar wie ein Stück Scheiße. Aber wenn ich eine Scalibop-Mali in der Hand habe. Eine Goldene, die mir Shifty auf Ehre gegeben hat. Oder dann, werde ich zum Tier. Kappa. Er hat wieder belegt, glaube ich. Ne, ne, ne. Sicher? Ja. Ja, ja. Jetzt vor mir. Jetzt vor mir. Ist genau vor mir. Oh. Ja, er hat einen Hit. Okay. Da ist der Rock im Anschein. No Scope. Digga, er hat meine Mutter ge****t. Er hat einen Headshot aus einem Meter mit der schweren Sniper gegeben, Digga. Ja. Ja, das hat eine einzige Option. Oh. Vor uns, Mante. Richtung O. Weil der ist aber alleine. Oh. Oh, Bruder. Wo meinst du? Ich... Oh nein. Oh. Wen meinst du? Ja, okay. Ja, Alter. Kappa. Ich habe das abgekauft, Digga. Wer von euch schaut alles von Thunderblack. Aktiv. Der schwarze Ritter ist runtergefallen. Er denkt auf OG. Kann er jetzt mal direkt vergessen. Gib ihm zum Boom. Hab den einen ausgenommen? Boah. Der muss ihn ägyptisch. Digga, der belebt den hier einfach wieder. Ich bin direkt neben ihm, Digga. Oh mein Goaah. Hier ist noch Dings. Ein Schlörfnis. Ich war genau neben ihn und er hat einfach wiederbelebt. Hat ihn einfach gar nicht gejuckt. Hier ist noch ordentlich Loot bei mir. Gönnt er sich. Digga. Hier ist noch ein Big Niss. Direkt wieder IQ-Move aktiviert. Stili, ich gehe noch ein Big Niss bei dir. Ehre. So. Oh nein. Hä? Was man mit diesen Emotes alles macht kann, das ist so schlimm. Es ist wirklich. Aber es kann... Was? Warum hat Monster dahin geschossen? Hey. Mit einer Em, Digga. Das war... Das war lächerlich. Oh. Der PC. Gibt niemanden eure Daten von Twitch oder sonstiges. Sind viele Idioten auch unterwegs. Was ist das denn, Digga? Lul, was ist da mit seinem Gleiter los? Oh nein. Karma. Oh mein Gott. Aber man kommt lemending auch von dem Baum weg. Man muss... Unten dran hat es noch so ein Ding. Genau dahin muss man springen. Gib ihm. Oh, oh. Oh, nevermind. Oh. Oh, Ehre. Gönnung, Bruder. Oh, mit dem behinderten Skin. Spaß. Oh, gib ihm. War okay. Ist okay. Der kurze Blick in den Camp. Kreißer gehit. Biesness. Ding, der, der, der Ding. Ja, ich wusste es. Diese Scheiß-Alber. Ich drehe hier gleich durch. Ihr fackt ab. Nicht ausrasten, mein Junge. Alles Juts, alles Juts. Komm doch mit deinem Tomatenkopf ran, ey. Nein, oder? Ich hab mich jetzt aber auch gewundert. Gib ihm. Ich hab da keinen Haken gesehen. Ich hab da irgendwie keinen Haken gesehen. Also... Kurze Frage. Warum bin ich denn davon runtergefallen? Verstehe ich auch. Was mach ich jetzt noch? Mann, du kannst du droppen? Auf Kampf? Achso, ja. Moment. Oh nein. Ehre. Ich glaube, ich werde daraus zwei Teile machen, weil sonst geht es wirklich zu lang. Ich werde zwei Teile daraus machen. Es tut so weh. Schieb ihn nur zur Hälfte rein. Stili, Prili. Mein abgabischer Penis ist so groß. Schieb ihn rein. Schieb ihn rein. Schieb ihn rein. Oh, oh. Ich musste trotzdem. Sorry, Juts. Stili, wenn er ihn reinsteckt, ich so. Oh mein Gott. Ich hab nur noch 54 Munitionen. Gib ihm. Oh nein, Rocket Launcher. Oh mein Gott. Er macht RPG-Extrem, Bruder. Ich bin ripped. Moment. Unter mir, unter mir. Ja, ich komm. Gib ihm. Ich hab ihn genockt hier unten. Er hat mich mit RPG noch geholt. Nee, nee, nee. Du gehst nicht raus. Du finish den gleich. Mach den Demoting. Warte. Du wirst ihn noch finishen. Oh, ja. Sein Teammate. Sein Teammate kommt hier vorne. Stili. Er beliebt ihn auch. Er beliebt ihn auch. Warte. Hol den. Was für ein Gegner. Was für ein Gegner. What the fuck. In der Erde. Hä? Ich hab noch nie so einen Gegner gesehen, ich hab noch nie so einen Gegner getroffen gesehen, was auch immer. Ach du heilige. Ja moin, bestes Aim. Boom. 67er Headshot. Oh Mensch, hier hallo, ich bin friedlich. Nein. Bruder. Jetzt kommt jemand anderes. Ja, jetzt muss ich ihn töten. Boah, ich dachte schon jemand anderes töte ihn vorhin. Über dir Montel. Oh, ich wusste es so hart. Hä? Über dir, das ist bei Schiff das meistens nur das Problem. Er ist auf jeden Fall ein Flugzeug. Ehrenmann. Er klaut sie. Ich wusste es, ich wusste es. Er nimmt schon wieder. Ja. Ja, ja. Oh. Kommt ohne. Okay, das war geil. Das war... Das war geil. Wir schießen ja noch dich. Ja, das war geil. Huhu. 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 Oh, Seilbad? Oh. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns im zweiten Teil. Wir sagen, haus rein und bis dann. Tschö. Bitte. Peace. Tschö. Tschö. Tschö.